Mein großer Traum ist es mit meinem Projekt Träum weiter, Menschen dazu zu inspirieren und zu bestärken, dass sie ihren eigenen Weg gehen, dass sie ihre ganz persönlichen Ziele verfolgen und sich ihre Träume verwirklichen können. Ich habe aus eigener Erfahrung erlebt, dass man ganz ganz viel Kraft schöpfen kann, wenn man seine eigenen Träume verfolgt und vor allem dem nachgeht, was seine größte Begeisterung ist. Träumen bedeutet für mich, es einmal im Kopf zuzulassen. Ich glaube, der ganz wichtige erste Schritt, um ins Tun zu kommen, ist sich überhaupt einmal das Träumen oder Denken zu trauen. Erst dann kann es überhaupt passieren. Mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, Licht für die Welt zu unterstützen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass nicht jeder aus eigenem Antrieb seine Träume erfüllen kann, sondern dass es oft Unterstützung braucht. Jemanden, wo man sich festhalten kann, einen der einen mit Rat und Tat zur Seite steht und deswegen ist es mir wichtig, bei Licht für die Welt mit dabei zu sein, als Spender und als Botschafter. Victorin hat einen Traum. Sie möchte ihren Familienbetrieb weiterführen und somit unabhängig sein. Jeder Traum zählt. Diese Vielen Dank.